I am the Jochen, an this is the Frühsport, für Mittwoch, den 26. April 2023. Schönen guten Morgen. Am 1. April 1988, das ist ziemlich genau 35 Jahre her, habe ich meinen Papa mit ins Stadion genommen. Darmstadt 98 gegen Fortuna Düsseldorf. Düsseldorf damals mit Jörg Schmadtke im Tor, mit Alexander Ristitsch auf der Trainerbank, mit Sven Demand im Angriff. Und Darmstadt hat das Ding 2 zu 1 gewonnen. Das war mein erstes Spiel, was ich im Stadion live erlebt habe. Vergangenen Sonntag ist mein Papa gestorben und ich brauchte ein paar Tage, um da erstmal das zu verarbeiten. Deswegen gab es jetzt ein paar Tage keine Videos. Ich habe nachgedacht in den Tagen, viel nachgedacht. Über Leben, über Tod, über Sinn. Dann auch überlegt, warum setzt du dich jeden Abend vor eine Handykamera und erzählst 10 Minuten lang was darüber, wie man im Fernsehen Leuten beim Rennen zugucken kann, die man gar nicht persönlich kennt. Es gibt auch Richtigeres. Und dann habe ich gedacht, ich muss die andere Seite sehen. Es gibt hier jeden Tag 70, 80, 100 Leute, die sich das angucken. Teilweise ja auch regelmäßig gucken, Kommentare schreiben mit mir, diskutieren über Dinge. Wir haben also eine kleine Community hier auch entwickelt. Und vielleicht gibt es hier unter euch auch Menschen, denen es nicht so gut geht, die vielleicht krank sind, die vielleicht alleine sind. Und für die das vielleicht auch einfach hier ein Stück weit dazugehört zu ihrem Leben. So ein kleiner Ort, so ein kleiner Rückzugsort, wo es ihnen gut geht. Ich habe vor sechs Jahren eine Rückenoperation gehabt und habe dann für ein paar Wochen bei meinen Eltern wieder gewohnt. Da haben sie mich dann auch gehegt und gepflegt. Und da bin ich dann auch auf ein Sportforum gestoßen, in dem ich dann diskutieren konnte mit Menschen, die ich nicht kannte. Nicht persönlich kannte über Sport. Einfach weil es mich interessiert, weil es mich begeistert. Und allen Dingen ging es genauso. Bei euch wahrscheinlich das Gleiche, die hier zuschauen. Und da habe ich auch gemerkt, in dem Moment hat mich das aufgebaut und hat mich das glücklich gemacht, da zu schreiben. Und vielleicht geht es euch genauso. Und deswegen dachte ich mir, ich fange wieder an, Videos aufzunehmen. Und vielleicht ist das auch was, was mich wieder ein bisschen ablenkt, was euch vielleicht wieder ein bisschen ablenkt. Ja, es kann passieren, die nächsten Tage, dass es mich doch wieder packt. Und dann werden vielleicht wieder ein, zwei Tage lang hier die Videos ausbleiben. Ihr werdet es merken. Also wenn hier nichts kommt. Mir geht es gut, prinzipiell jetzt eigentlich. Natürlich erschöpft mental durch. Aber ansonsten ist jetzt nichts Schlimmes mit mir passiert. Auch das wüsste man ja gar nicht. Wenn mir jetzt wirklich was Schlimmes passiert wäre, ihr würdet daheim sitzen und wüsstet nicht, was los ist. Deswegen dachte ich mir, ich melde mich einfach mal. Und wir gucken mal drauf, was heute in Sachen Sport so los ist. Und es ist Ablenkung. Definitiv. Es ist nicht wichtig. Aber es kann schon ganz schön gut tun, auch mal sich abzulenken. Jetzt ist einiges verloren gegangen die letzten Tage. Ich werde jetzt mal nicht alle Ergebnisse darunter brandeln lassen, die die letzten Tage durch die Ligen hier erzielt wurden. Wir gucken mal auf so ein paar Highlights drauf und arbeiten das und laufe der nächsten Tage einfach in Ruhe alles auf, würde ich sagen. Fangen wir an mit Fußball. Damit fange ich immer ganz gern an. Ich habe natürlich auch die Tabellen, die haben jetzt diese Woche nicht stattgefunden. Das mache ich alles. Vielleicht morgen, übermorgen bauen wir die ein. Wenn wir aufs Wochenende zugehen, schauen wir mal vorbei. Es ist aber heute Abend einiges auf dem Programm, wo es sich lohnt, glaube ich, reinzugucken. Und das wollte ich zumindest erwähnt haben. Ein ganz großes, wichtiges Spiel steht in der Premier League an. Da gibt es nämlich vielleicht schon die Vorentscheidung um die Meisterschaft. Wir haben dort den FC Arsenal vorne in der Tabelle, fünf Punkte vor Manchester City. Aber Manchester City hat zwei Spiele noch nachzutragen. Und wenn sie die beide gewinnen, sechs Punkte holen, sind sie einen Punkt vor Arsenal. Das heißt, der Riesenvorsprung, den Arsenal schon mal hatte, ist ziemlich zusammengeschmolzen. Heute Abend treffen sich die beiden in Manchester zum direkten Duell. Und wenn City das gewinnt, sehe ich keine Chance mehr für Arsenal, die noch einzufangen. Wenn Arsenal allerdings gewinnt, und die haben seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gewonnen bei Manchester City, es wäre mal wieder an der Zeit, dann ist die Meisterschaft wieder in eigener Hand für Arsenal, weil dann hat man wieder acht Punkte Vorsprung. City kann maximal sechs davon aufholen mit seinen Nachholspielen. Und dann wird es noch ein richtig heißer Showdown am Schluss. Aber die Garners hat zuletzt drei Mal unentschieden gespielt. Da ist so ein bisschen die Luft raus anscheinend. Ich hoffe, sie haben sich geschont für heute Abend, weil ich mich natürlich mega freuen würde, wenn sie es schaffen mit dem Titel. Ob das nun klappt oder nicht, ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden. 21 Uhr heute bei Sky Sport. Könnt ihr gucken, wenn ihr Lust habt. 20.45 Uhr gibt es noch mehr Spiele auf Sky Sport. Das ist der Premier League Nottingham gegen Brighton, Chelsea gegen Brentford und West Ham gegen Liverpool. Aber ich denke mal, alles überstrahlt wird von diesem Duell um neun. Ebenfalls um neun gibt es aus Italien ein Pokalspiel. Inter Mailand gegen Juventus Turin. Das ist das Halbfinalrückspiel. Und da werden wir vielleicht oder ziemlich sicher schon den großen Favoriten fürs Finale ermitteln. Denn wer immer das gewinnt, er ist dann der Favorit im Finale. Inter oder Juve. Es steht 1 zu 1 nach dem Hinspiel. Also alles drin. Es muss ein Sieger gefunden werden. Und sei es mit Verlängerung 100 Meter schießen. Wir werden es herausfinden. 21 Uhr auf der Zone. Können wir live dabei sein. Und das gucken, wenn wir wollen. Und dann gibt es noch Spanien mit der Liga. Das ist jetzt nicht so dramatisch, würde ich sagen. Am Abend um 10 Uhr Barcelona bei Rayo Vallecano beispielsweise um 19.30 Uhr. Atletico gegen Mallorca. Wer das gucken möchte, gestern bereits Real Madrid verloren. In Girona mit 2 zu 4. Das sollten wir auch erwähnen. Und was da heute bei rumkommt, finden wir raus. Wenn wir wollen, können wir gucken. Alles auf der Zone. Aber ich glaube, Coppa Italia und die Premier League, das sind heute die deutlich interessanteren Partien. Schauen wir mal rüber zum Eishockey. Da sind die deutschen Meister gefunden worden. Da gratulieren wir den EHC Red Bull München zur Meisterschaft. Am Ende im Finale gab es einen Sieg gegen ERC Ingolstadt. 3 zu 1 die Serie gewonnen. 4 zu 1 die Serie gewonnen, sorry. Und damit den Titel sich gesichert für die Münchner. Glückwunsch dazu. Und die zweite Liga ist auch entschieden seit gestern Abend. Ravensburg Tower Stars werden dort Meister mit einem 4 zu 1 gegen Bad Nauheim. Allerdings haben die Ravensburger, das hatte ich ja schon mehrfach hier erwähnt, auf ihr Aufstiegsrecht verzichtet. Damit bleiben ja die Augsburger in der Bundesliga, in der DEL drin. Das ist jetzt also auch geklärt. Damit können wir die deutsche Eishockey-Saison endgültig adakter legen. In den USA wird weitergespielt. Da laufen die Playoffs in der NHL. Wir gucken mal kurz drauf, wie es steht in den einzelnen Duellen. Es steht relativ oft unentschieden. Es sind überall jetzt vier Spiele absolviert. Es steht ganz oft 2 zu 2. Vorentscheidungen sind gefallen mit 3 zu 1 für Boston gegen Florida. Toronto führt 3 zu 1 gegen Tampa Bay. Lightning, da hatte Basti noch gesagt im Spezialvideo, dass wir Tampa Bay gewinnen. Das sieht gerade nicht so danach aus. Carolina liegt vorne gegen die New York Islanders 3 zu 1. Und die Vegas Golden Knights führen 3 zu 1 gegen Winnipeg. Die anderen Sälen hat Basti jeweils so getippt, wie sie jetzt gerade 3 zu 1 stehen. Und was übrig bleibt, steht alles unentschieden 2 zu 2. New Jersey gegen die Rangers 2 zu 2. Colorado gegen Seattle 2 zu 2. Dallas, Minnesota 2 zu 2. Und Erdmann gegen die Kings aus L.A. 2 zu 2. So, das ist der aktuelle Stand. Wer gucken möchte, wie es weitergeht in der Nacht von heute Mittwoch auf morgen Donnerstag, gibt es live bei Sky wieder was zum Gucken. Und zwar um 1 spielen die Hurricanes gegen die Islanders und um 3.30 Uhr die Oilers gegen die Kings. Wenn sich jemand die Nacht um die Ohren schlagen möchte, dann möge er es probieren. Stimmt gerade nicht. Ich bin kurz irritiert. Hier sind jetzt andere Spiele angezeigt. Nö, das ist eigentlich wieder am falschen Tag. Das war das von Dienstag auf Mittwoch. Mittwoch auf Donnerstag müssen wir gucken. Ich bin ja beim Mittwoch. Da bin ich ein bisschen raus, sorry. Da habe ich um 3.30 Uhr Colorado gegen Seattle anstehen. Und um 1 Uhr Boston gegen Florida. Aber ich glaube, das wird nicht übertragen auf Sky. Wer es gucken möchte, wird es herausfinden. Ansonsten erzähle ich euch dann die Tage wieder, wie es dort steht. Das war der Eishockey-Blick mal so zwischendrin. Und dann wechseln wir die Sportart, schauen mal kurz zum Tennis rüber. Da habe ich ein paar Turniersieger noch nachzutragen vom Wochenende. Und zwar beispielsweise aus München. Da hat Holger Rune das Finale gewonnen. In Stuttgart Iga Svjotek und in Barcelona Carlos Alcaraz. Das sind also die Champions. Gravitz-Pürz haben leider in München das Doppelfinale verloren. Und damit nur den zweiten Platz erhoben. Schade eigentlich. Heute geht es los mit dem großen Turnier von Madrid. ATP und WTA. ATP natürlich auf Sky-Tennis zu sehen, ab 11 Uhr den ganzen Tag. Unter anderem heute dort auf dem Platz Janik Hanfmann. Der wird am Nachmittag so gegen 14, 15 Uhr antreten. Und Spanien gibt es auch, Madrid wollte ich sagen, nicht Spanien. Madrid gibt es auch auf Tennis-Channel, das Damen-Turnier mit Tatjana Maria heute beispielsweise, auf dem Platz. Ja, viel geschlafen habe ich nicht in den letzten Tagen. Das habt ihr vielleicht in den letzten Videos auch schon gemerkt. Da war ich auch schon relativ müde drauf. Das hat sich nicht geändert. Das hat auch ein bisschen Kräfte gekostet alles. Genau. Das ist also die Sache. Und Jule Niemeyer ist schon eine Runde weiter. Die hat nämlich schon ihr Duell gewonnen gegen Schienwangen. Glückwunsch dazu, eine weitere Runde für sie. Tennis haben wir damit also erledigt. Gucken wir mal kurz zum Basketball rüber. Da gab es gestern das Topspiel Bonn gegen Berlin in der BBL. Die Bonner haben gewonnen. Damit sich jetzt allerbeste Karten erarbeitet, den ersten Platz hier auch wirklich endgültig zu halten nach der Hauptrunde. Ansonsten, wie es da steht, wie die Playoffs gebildet werden, das machen wir in aller Ruhe dann nochmal irgendwann im Laufe der Tage. Heute Abend gibt es ein paar Spiele auf Magenta zu sehen. Um 19 Uhr Bayern gegen Rostock und Bayreuth-Heidelberg. Und dann um 20.30 Uhr Ludwigsburg gegen den mitteldeutschen BC aus Weißenfels. NBA-Playoffs laufen auch. Auch da gucken wir mal kurz auf die aktuellen Stände. Die Philadelphia Sixers als einziges Team schon im jetzigen Stand bereits durch. Aber 3 zu 1 Führungen gibt es für Miami Heat gegen die Milwaukee Bucks. Dicke Überraschung. Die werden das noch nicht durchziehen. Die New York Knicks führen gegen Cleveland. Boston führt gegen Atlanta 3 zu 1. Ebenso wie Denver gegen Minnesota vorne liegt. Phoenix gegen die Clippers 3 zu 1 vorne. Und die Lakers führen 3 zu 1 gegen Memphis. Einziges, wo unentschieden steht, ist Golden State Warriors gegen die Sacramento Kings. Da steht es 2 zu 2. Knappes Ding. Also da muss man sagen, die meisten sehen auch, stehen jetzt so, wie Len es getippt hat im Spezialvideo. Aber Milwaukee und Cleveland, da hat er anders getippt. Ist ja aber noch nicht entschieden. Also noch hat er bisher nichts falsch gemacht, der Gute. Und wir werden mal gucken, wie es da weitergeht. Auch da kann man heute Nacht gucken von Mittwoch auf Donnerstag. Und zwar gibt es bei The Zone die Lakers gegen die Grizzlies. Richtig. Das Ganze um 1.30 Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wenn ihr Basketball gucken möchtet. Seid ihr herzlich willkommen. So, Radsportfreunde werden sich diese Woche erfreuen können an der Tour de Romandie. Letztes Wochenende gab es noch den Lüttich-Bassoni-Lüttich-Klassiker. Der ging an Renko Evenepul. Der hat gewonnen, hat die Pokerza gestürzt unterwegs. Aber wohl nichts ganz so Schlimmes, hoffe ich zumindest mal. Und jetzt also Tour de Romandie. Der Prolog ist durch seit gestern. Und heute geht es los mit der ersten Etappe. 15.30 Uhr auf Eurosport 2. Könnt ihr mit dabei sein. Wenn ihr Lust auf Radsport und schöne Bilder aus der Schweiz habt. So, dann schaue ich noch kurz zum Volleyball rüber. Da steht Friedrichshafen im Finale der Bundesliga. Der Männer hat gewonnen gegen Lüneburg 3-1. Und das Finale damit, wie immer, Friedrichshafen gegen Berlin. Es wird ein bisschen langweilig. Die Frauenliga ist ja deutlich spannender. Auch hier laufen die Halbfinalserien. Dresden führt gegen Stuttgart. Ne, Stuttgart führt gegen Dresden mit 1-0. Heute das zweite Spiel. Und Potsdam führt 1-0 gegen Schwerin. Und das gibt es heute als zweites Spiel live im TV. Free TV. Sport 1, 20.15 Uhr. Also, wer Bock auf Volleyball hat. Potsdam gegen Schwerin. Dem sei das nahegelegt. So, auf den ersten Blick müsste das jetzt mal so das Gröbste gewesen sein. Ich habe bestimmt einiges vergessen zwischendrin. Aber das ist jetzt gar nicht so wichtig. Formel E gab es noch im Berliner Wochenende. Mit dem Sieg von Nick Cassidy im zweiten Rennen. Ja, aber ansonsten glaube ich alles weitere. Das eilt ja nicht. Wir haben ja noch ein paar Videos die nächsten Tage. Danke fürs heute zugucken. Etwas gedämpftere Stimmung hier nach wie vor. Aber ich merke jetzt schon, es war gut, allein schon mal hier 10 Minuten lang auf andere Gedanken zu kommen. Ich glaube, wir sehen uns morgen wieder. Am besten den Kanal abonnieren. Glöckchen drücken. Und dann kriegt ihr mit, wenn ein neues Video kommt. Ich versuche es wieder täglich. Und dann werdet ihr sehen, wie es mir dabei ergeht. Danke fürs Zuschauen heute. Danke fürs immer wieder Zuschauen. Danke fürs Kanal abonnieren und Kommentare dalassen. Weil das ist ja für mich auch immer schön, diese Rückmeldung zu bekommen, dass da draußen jemand sitzt, der sich das anguckt, anhört und der eben auch mitdiskutiert und kommentiert. Ich habe in den letzten Tagen auch nicht alle Kommentare beantworten können. Das arbeite ich bestimmt nochmal irgendwie die Tage nach. Aber seht es mir nach. Es gab gerade Wichtigeres zu tun. Aber jetzt schön, wieder hier zu sein. Und ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen Freude bereitet, hier zuzugucken. Wir sehen uns morgen wieder. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Sportgucken heute Abend. Denkt dran, tolle Fußballspiele gibt es oder Volleyball oder Radsport am Nachmittag. Sucht euch was Nettes raus. Und wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss.